aloha meine wundervollen zauber menschen und herzlich willkommen zu unserem reading für die woche vom 17 oktober wir sind immer noch inmitten der portal tage bis inklusive 20 oktober werden wir noch unter dem einfluss der portal tage sein und das ist etwas was die nächsten tage nächste woche nämlich auf uns zukommen und ich denke mal so wie ich das kenne wird es schon diese woche auch schon in einfluss nehmen allerdings habe ich reingefühlt und sie wollen sich erst nächste woche zeigen deswegen werde ich erst nächste woche quasi dieses spezielle reading was ihr hier seht für die portal tage dazu geben und zwar wir werden wir laufen direkt auf eine partielle sonnenfinsternis am nächsten neumontag nämlich am 25 oktober zu ich möchte euch einfach nur erwähnen weil eventuell die ausläufer diese woche schon zu spüren sind ja das jetzt erst mal zur zu den aktuellen energien deswegen ich habe es gerade schon gesagt wir haben hier für die fehlenden portal tage ich habe letzte woche schon für dieses komplett paket der 10er ein extra stapel gemacht gehabt reingefühlt heute wollten sie sich noch mal melden mit einer besonderen botschaft für die restlichen die wir jetzt diese woche noch haben und dann haben wir natürlich hier oben wie immer die allgemeinen karten und für alle von euch dies hören und nicht sehen können wir haben hier für die persönlichen botschaften links die weiße in der mitte die lilane und rechts die regenbogenblume fühlt für euch rein welche also wie viele und welche davon eure persönliche botschaft sind aber wie immer bevor ich richtig einsteige in das reading für diese woche möchte ich euch darauf hinweisen diese woche gehen gleich zwei unheimlich coole kongresse an den start und zwar als allererstes am 20 oktober der happiness durch happiness zum erfolg kongress da freue ich mich riesig da darf ich auch teil davon sein und das witzige ist oder das schöne ist dass ich mein interview für diesen kongress tatsächlich am 25 oktober ausgestrahlt wird also erst die woche drauf aber ich kann es euch jetzt schon empfehlen für alle von euch die sagen hey wie kann ich noch mehr ja wie kann ich noch mehr in den erfolg kommen bzw vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen dass man wirklich desto mehr man seiner freude folgt desto mehr man dem folgt was einem spaß macht was einen glücklich macht desto mehr kommt der erfolg eigentlich auch relativ von alleine so sage ich immer und auch ich habe eine zeit gebraucht um das zu lernen spreche aber in diesem kongress spezifisch darüber wie das war damals mit meiner depression und wie ich da rausgekommen bin um wirklich meiner meinem glück meiner happiness zu folgen und bin sehr dankbar dass ich das heute wirklich leben darf und der zweite kongress und das ist der den habe ich letzte woche auch schon mal erwähnt ich finde den namen sehr sehr witzig und ich finde es aber ultra cool weil auch da geht es darum ins tun zu kommen nämlich der ich krieg nichts gebacken kongress ja vielleicht geht es dir genauso mir ging es früher auch so ist dass ich viele dinge nicht hingekriegt habe nicht nicht schaffen konnte oder meinte sie nicht schaffen zu können und da gibt es aber tatsächlich einiges was man für sich selber beachten darf und ich bin so dankbar der lieben organisatorin siegret von sassen siegret sassen die die diesen kongress organisiert der startet am 22 oktober und genau an dem tag startet auch mein interview da freue ich mich riesig drauf das heißt den könnt ihr euch sogar diese woche schon anschauen und wo ich eben auch auf der einen seite erzähle wie ich ins tun gekommen bin gerade von der auch erwähnten depression wie ich ja für mich einen weg gefunden habe ins tun zu kommen die dinge zu verändern mich wirklich zu motivieren auch die sachen nicht mehr nicht gebacken zu kriegen sondern wirklich gebacken zu kriegen und das fand ich sehr schön es war wirklich ein sehr herzverbundenes interview hat wirklich riesig spaß gemacht und ja und da habe ich noch ein besonderes geschenk nämlich manche von euch die mir länger folgen wissen es gab mal vor einigen jahren eine ich kann das challenge und die habe ich wieder ausgepackt weil sie heute noch sehr aktuell ist und die gibt es dort kostenfrei für jeden der mein interview sieht kann auch an der ich kann das challenge teilnehmen könnt ihr euch anmelden und kriegt alle informationen dazu genau ja das sind diese zwei kongresse die momentan aktuell sehr aktuell sind und loslaufen und sehr viel passieren wird beide links zu diesen zwei kongressen lege ich euch auf jeden fall unter das video wenn ihr reingucken wollt wenn ihr sagt hey mei das interessiert mich das das ist glaube ich was richtig cooles dann könnt ihr auf jeden fall ja darauf zugreifen und ich empfehle euch bei beiden kongressen natürlich auch für die von euch die sagen hey mei ich kriege das in der zeit nicht hin vor allem hey du redest gerade von zwei kongressen gleichzeitig kann ich euch nur wärmstens empfehlen wirklich euch auch die gold pakete oder vip pakete der jeweiligen kongresse anzugucken nicht nur dass da auch wertvolle inhalte drin sind dort gibt es auch eine kleine überraschung von mir nämlich ein gutschein für meinen transformation auf hawaiianisch kurs der jetzt aktuell neu gelauncht wurde vor ein paar wochen und ja auch eines meiner herzensprojekte wo ich euch wirklich tief hineinführe in die thematik der transformation auf hawaiianisch also wirklich die wie man die hawaiianische philosophie und methoden für sich im alltag nutzen kann um zum einen happiness der happiness besser zu folgen den erfolg besser einzuladen und natürlich gerade dieses ich krieg nichts gebacken noch besser für sich selbst umzuwandeln und wirklich ins tun zu kommen ja lange rede kurzer sinn also eine einladung ausgesprochen und ich freue mich wenn ihr dabei seid jetzt starten wir mal mit den karten wie wie schon zu anfangs erwähnt haben die portal tage gesagt wir möchten uns gerne nochmal melden deswegen gibt es hier einen speziellen kleinen stapel für die restlichen portal tage die wir heute noch bis inklusive 20 das sind noch vier tage der portal tage und da lassen wir uns jetzt mal überraschen was sie uns sagen möchten und wir starten mit den starseed karten breath of the cosmos my will to thy will micromanaging the universe ich liebe diese karte danke liebe portal tage dass ihr uns nochmal daran erinnert ich weiß nicht ob ihr das kennt wenn ihr versucht etwas zu manifestieren also nicht versucht wir manifestieren ja ständig aber wenn ihr gerade was bewusst manifestieren wollt und irgendwie will das nicht und ich hätte es aber gerne so und liebes universum ich möchte es aber in blau und nicht in grün und am besten noch quadratisch und nicht rund das nennt sich micromanaging the universe also das ist wenn wir versuchen wirklich bis aufs kleinste detail dem universum zu sagen so und so muss es aussehen ja ohne dem universum eigentlich raum zu geben dass vielleicht wenn wir es anders machen vielleicht ein bisschen schöner oder besser ist den raum geben wir oft gar nicht dadurch und deswegen ein schöner hinweis dass wir dem universum freie hand geben sollten in den dingen die wir uns wünschen die wir manifestieren wollen es weiß oft besser als wir selber was uns gut tut und ich kann euch nur verraten aus eigener erfahrung es ist magisch was auf der anderen seite ist wenn man sowas loslässt von den keepers of the lights haben wir host cosmic gateway finde ich passt hier auch wieder zum kosmos haben wir gleich doppelt breath of the cosmos cosmic gateway your thoughts are magnetic and powerful miraculous changes are occurring also auch hier nochmal unsere manifestierende kraft wird immer stärker und schneller das fühlt man finde ich seit 2012 schon immer mehr die manifestierenden kräfte funktionieren einfach viel schneller als früher und hier möchten uns die portal tage nochmal daran erinnern dass wir uns darauf fokussieren können dass du besser wir achtsam und fokussiert in unsere manifestierenden muskel hineingehen desto mehr werden wir auch die dinge manifestieren die wir uns auch wünschen also dann sind es nicht so willkürliche dinge die vielleicht auch gar nicht von uns gewollt sind ja und von den aloha karten haben wir manaloa universe also haben wir wieder das universum also kosmos und universum ist für mich schon ähnlich im gleichen ballpark wie man im englischen sagen würde universelle lebensenergie sieh das machtvolle strahlende licht das urmeer pulsierende farbige tanzender kosmischer energien da ist der kosmos wieder empfange es atme es lade dich auf sende ist also hier sehen wir womit wenn wir wenn ihr euch fragt womit sind diese portal tage gefüllt mit kosmischer energie gleich drei karten die uns das sagen also nutzt diese zeit ladet euch auf versucht so wenig wie möglich dem universum zu sagen wo es eigentlich hin soll und öffnet euch für die wunderbaren manifestation die durch euch durchkommen wollen ja ich lasse mal dass die karten wieder so ein bisschen damit ihr noch mal drauf gucken könnt also wirklich schöne botschaften hier von den portal tagen spricht für viele tolle wunder wenn wir uns dafür öffnen ja also sehr sehr cool dann gehen wir wieder in die allgemeinen karten und auch hier fangen wir mit den starseed karten wie immer übrigens habe ich euch unter dem video beziehungsweise in den show notes für den podcast die karten verlinkt falls sie euch gefallen und ihr sagt boah die sind so schön ich hätte die gern für mich zu hause dann findet ihr sie dort star ancestors hidden secrets lost wisdom look a little deeper das ist für mich auch eins ein thema was ich einfach liebe weil ahnenarbeit so unheimlich ja so unheimlich schön ist so viele geschenke mit sich birgt und hier speziell auch noch die pyramiden zu sehen finde ich auch sehr spannend also so weit wie möglich zurück zu gehen in unsere sternen vorfahren also hier nicht nur unsere eigenen ahnen anzugucken also die physischen auf der erde die blut ahnen sage ich jetzt mal familien ahnen sondern wirklich auch gucken unsere seele kommt ja von irgendwo her und auch da hat sie familie wir haben ja eine seelen familie und auch da haben wir vorfahren die vor uns gegangen sind damit wir heute hier auf diesem planeten inkarnieren konnten und da sind vielleicht versteckte so wie es hier steht hidden secrets versteckte geheimnisse verlorenes wissen und desto tiefer wir dort hinein gucken desto mehr werden wir es erfahren das heißt öffne dich auch für deine ahnen ja vielleicht erzähle ich es euch irgendwann mal tiefer aber das hier was ihr hier auf meinen händen seht sind tatsächlich eine ode an meine spirituellen an meine seelen eltern so nenne ich sie und wenn ich sowas sehe dann bin ich fühle ich mich gleich ihnen noch mehr verbunden zumal ich sowieso durch durch diese ode auf meinen händen weiß ich dass sie immer bei mir mitwirken was egal was ich tue und so geht es jedem von uns jeder von uns hat eben auch sternen ahnen ja von da wo wir her gekommen sind bevor wir auf diese erde gekommen sind und dieses wissen darf angeschaut werden also diese woche verbindet euch guckt mal was da hochkommen möchte wir haben auch noch ein paar kometen die unterwegs sind also es lohnt sich auf jeden fall in den sternen himmel zu gucken wer von euch lust hat das zu tun dann haben wir magenta farbener drache der uns unterstützt befähig dich die weisheit deiner seele zum ausdruck zu bringen finde ich passt auch wieder zu dieser weisheit die da verloren gegangen ist welke deine seelen erinnerungen das immer wieder und dein höheres spirituelles verständnis bereite dich auf einen beschleunigten aufstieg vor wow also da steht einiges für uns vor das passt finde ich zu den aktuellen energien es beschleunigt sich sehr viel wenn wir uns dafür öffnen und wirklich unsere lernen unsere widerstände so schnell wie möglich auch zu lösen loszulassen und weiter zu gehen ein schöner hinweis für diese woche sind wir schon mal gespannt und dann haben wir hier noch von den keepers of the lights kutumi cloak of wisdom you already know the answer you seek trust what you know also hier da sind wir wieder mit der weisheit ja also die weisheit ist gerade sehr stark diese woche es wird sehr viel weisheit durchkommen du weißt schon was du willst also fühl nochmal für dich rein du weißt eigentlich schon es geht nur noch ums umsetzen also vertraue auf das wissen was bereits in dir steckt ein schöner hinweis auch hier und von den aloha karten haben wir kuh unteres selbst vertraue deiner in das seht ihr mal doppelt gemoppelt vertraue deiner inneren führung achte auf signale zeichen und eingebungen bitte kuh um die richtige handlung also auch hier das ist finde ich so ein schöner hinweis du hast schon vieles in dir was du in dir trägst und was nach außen gezeigt werden darf und was nach außen kommen möchte und es ist wirklich an der zeit dem zu folgen das heißt du hast hier wirklich auch die bestätigung dass du deiner inneren weisheit folgen sollst sie leitet dich wenn du dich dafür öffnest dann gehen wir mal in die persönlichen botschaften rein und wir starten wie immer von links nach rechts und hier habe ich irgendwo doppelt karte glaube ich bei euch hier mit den weißen blumen also wenn dich die weiße blume angesprochen hat dann ist das jetzt deine botschaft wait it's not your time things are being woven also für dich ist noch ein bisschen warten also geduldig sein es wird gerade geklärt oder kreiert was du manifestieren möchtest also sei geduldig mit dir selbst ja vielleicht manchmal wenn so eine karte kommt geht es auch darum die eigene transformation nicht unbedingt zu sehr wie sagt man mit der haruk-methode machen zu wollen sondern lass dir da auch ein bisschen zeit und luft und die drachen sagen dir du hast den grünen drachen bei dir hilft dir dich auf die geheimnisse der natur einzustimmen empfange antworten und anleitungen aus der natur richte dich an deinen göttlichen wesen aus also eine schöne hier für dich tatsächlich wenn wir uns diese allgemeinen karten wegen der weisheit anschauen hast du einen hinweis von den drachen hiermit bekommen tatsächlich deine antworten in der natur zu finden oder in deiner natur zu finden ja also da mal rein zu fühlen ja hier haben wir die doppelten von den keepers of the lights haben wir für dich lady venus downloads and understanding truth is being revealed deep insights are coming from heaven and the astral realm also es gibt downloads für dich es kommt informationen aus den höheren ebenen was wir hier auch schon gehört haben in den allgemeinen es sind wahrheiten die gezeigt werden tiefe erkenntnisse aus dem himmel und aus dem astralen ebene und auch das passt für mich hier gerade in dieses warten weil du darfst warten weil es kommen einfach wahrscheinlich diese downloads auf dich zu und die dürfen auch erst mal sacken und ankommen zusätzlich hast du noch prayer and contemplation was ich finde was sehr viel auch mit warten zu tun hat connect with heaven ask and you shall receive also auch hier für dich dieses ich liebe es diese verbindung diese erinnerung auch immer wieder da dran die geistigen helfer warten nur darauf dass du ihnen sagst hey jetzt jetzt ich bin soweit ja oder bitte ich brauche dieses oder jenes ja egal wie absurd es dir vorkommt sie warten darauf auch die kleinen Dinge übt diesen muskel immer wieder ja weil unser manifestierender muskel der arbeitet ja ständig nur unbewusst ja und desto bewusster wir ihn betätigen desto bewusster wir ihn nutzen desto fokussierter wir ihn nutzen desto leichter wird es uns auch irgendwann fallen aber dieser und diesen muskel zu trainieren hilft indem wir wirklich die geistigen helfer mit als unterstützung mit reinholen und von den aloha hast du hier noch kala kala anna kala anna vergebung vergib bevor die sonne untergeht braucht man fast nichts mehr dazu zu sagen ich mache natürlich noch einen zusatz dazu weil ich weiß nicht ob ihr es schon mal gehört habt mit vergebung ist ein wunderbares tool aber ich finde immer wenn du nochmal einen schritt tiefer gehen möchtest gehst du in die annahme du nimmst den anderen so an wie er oder sie ist und dass es okay ist dass er oder sie so ist und dich selbst genauso und dadurch funktioniert das loslassen dadurch funktioniert auch das vergeben ja nochmal in einer anderen tiefe sag ich jetzt mal ja das war jetzt für dich wenn dich die weiße Blume wenn du mit der weißen Blume in Resonanz gegangen bist jetzt schauen wir mal wenn die lila nicht dich angesprochen hat dann schauen wir mal was wir für dich hier haben haben wir einmal your life is a canvas artist manifestation creativity creative accountability also auch hier wieder du bist ein kreativer Mensch und dein Leben ist eine Leinwand du kannst selber dort neu malen jeden Tag neu malen was du gern hättest also mach dir bewusst dass du diesen manifestierenden Muskel in dir trägst und dass du bewusster du ihn fokussierst auf die Dinge die du willst ja weil auch fokussieren wir uns ja auf das was wir nicht wollen also fokussier dich auf das was du haben möchtest und steh zu deinen Kreationen ja dann haben wir hier noch rein weißer Drache vom Orion verwandelt dein Aufstiegswissen in reine Weisheit verarbeite was du weißt handele unwahrhaftig und ehrlich lass deine Lichtbügel wachsen und breite sie aus schön wunderschöne wunderschöner Drache für dich also Orion sowieso also verwandel dein Aufstiegswissen in reine Weisheit folge deiner Weisheit also da ist einiges an Aufstieg für dich diese Woche drin hier zusätzlich El Moya Awakening Presence also sei dir bewusst dass du geliebt bist dass das Universum dich immer unterstützt ja es ist da und es unterstützt dich und desto mehr du in dieses tiefe Wissen kommst was du ja hier auch schon hast desto besser wird es durch dich durchkommen und Acker Netzgewebe alles ist mit allem verknüpft beachte die feinstofflichen Bindungen ja da bin ich gespannt da wird es vielleicht irgendwelche Bindungen geben die dir bewusst werden diese Woche und schau mal was dir gut tut beziehungsweise welche vielleicht langsam langsam aufgelöst werden dürfen ja das war es jetzt wenn die lila eine Blume dich angesprochen hat und jetzt gehen wir gleich weiter mit der Regenbogenblume schauen wir mal was wir hier haben von den Starseed Karten Cracked Open das haben wir wieder Rock Bottom Surrender to the Alchemy of Life und auch hier wieder wie immer ich sage immer ich wünsche es keinem aber wenn du gerade drin bist oder wenn du ein Rock Bottom erreichst beziehungsweise wenn diese Karte kommt heißt es einfach nur es wird irgendwas passieren was vielleicht wirklich sehr sehr lebensverändernd sein wird und egal was passiert ja bleib im Vertrauen versuch immer wieder ins Vertrauen zu kommen in die Hingabe ganz ehrlich wenn etwas nicht funktioniert was du dir gewünscht hast nicht verzagen das Universum hat vielleicht was viel nicht vielleicht das Universum hat dann was viel Besseres für dich im Petto und desto mehr du lernst und übst dich da hinein zu legen in diese Hingabe zum Universum desto magischer wirst du das ist wirklich genial wenn man das immer mehr für sich selbst übt von den Drachen hast du orange-goldener Drache vom Arcturus mach dich offen für das Wissen um das neue goldene Zeitalter trage die Energie der Zukunft in dir und sei ein Leitbild also auch hier sehr sehr spannend ich kann mir vorstellen dass du nämlich vielleicht damit ein Thema hast weil diese Zukunftsenergie sich einfach schon immer mehr in dir manifestiert oder implementiert und vielleicht in dir noch so ein kleiner Widerstand da ist weil du ja trotzdem hier und jetzt bei uns bist und das natürlich gerne unterstützen möchtest du hast aber auch ein Herz erwachen awaken to acceptance and divine love give and receive and balance also auch hier dieses Geben und Nehmen für dich passt für mich auch wieder hier rum zu dieser Energie von der ich hier gesprochen habe diese Balance zu finden ja und deswegen vielleicht auch ein Herz erwachen diese Balance zu finden in deinem Fall zwischen den Zukunftsenergien und den heutigen Energien dass du da eine Harmonie kreierst ist das dass das auch deine Aufgabe ist diese Harmonie zu kreieren damit du noch mehr unterstützen kannst diese Zukunftsenergie ins Hier ins Jetzt zu holen und dann haben wir noch von den Hawaiianern Haole ohne Atem deswegen so so werden übrigens die ganzen westlichen ich will nicht sagen Weißen sondern die westlichen Amis quasi genannt auf Hawaii nämlich ohne Atem weil die oft rumrennen deswegen werden sie immer Haule die Haule genannt halt an atme bewusst lade dich auf kreative Energie fließt wenn der Geist still ist ja das passt zu dieser ganzen kreativen Energie und diesem Erwachen und diesen Energien die da sind also nimm dir wirklich die Zeit also diese Karte ist wirklich nimm dir die Zeit tiefe Atemzüge und folge der Stille deines Geistes ja ich finde wenn man wirklich also manche von euch waren vielleicht damals dabei wo ich ein besonderes Interview mit der Gabriele Werstler hatte das war so grandios und sie hat damals oder gemeinsam haben wir uns darüber unterhalten über diese Stille die wir erlangen können wenn wir wenn wir an unseren Alltagsgedanken vorbeikommen und diese Stille wie laut die eigentlich ist wenn man ihr Gehör schenkt und ich lasse das mal so weil es wirklich eine Erfahrung die man für sich selber machen darf aber wenn du es mal schaffst wenn du mal im Meditieren bist und schaffst an diesen Alltagsgedanken und Alltagssorgen vorbeizugehen also wirklich an ihnen vorbeizugehen und die Stille dahinter wahrnimmst dann fängst du nämlich an mit deiner Essenz zu sprechen mit deinem höheren Selbst mit dem Universum mit dem göttlichen in dir und das ist so genial was da alles an wunderbaren Kreationen durchkommen kann ja meine Lieben das war es für heute das waren die Karten für diese Woche ich finde es kommt eine spannende Woche auf uns zu wie immer folgt eurer inneren Energie eurem inneren Flow ganz wichtig damit ihr durch diese sehr energetisch spannende Zeiten die wir gerade echt reinlaufen mit dem partiellen Sonnenfinsternis weil zwei Wochen später kommt dann eine Mondfinsternis ich glaube das ist sogar eine totale Mondfinsternis und die bringen immer spannende transformative Energien mit sich und ich sage immer desto mehr desto besser wir wirklich bei uns sind in unserem inneren Flow desto mehr wir in unserer eigenen Mitte stehen desto leichter können wir dran vorbeisurfen in diesem Sinne meine Lieben surf your energy wave und bis nächste Woche bis dann ciao ciao